Hallo Freunde, willkommen zurück zur Auflösung unseres Giveaways und zwar gibt es ja zweimal 10.000 Coins für die Xbox und die Playstation 3. Wir wollen mal schauen, wer gewonnen hat und als erstes wie immer kopieren wir die Video-ID und fügen sie hier in unsere Verlosungsseite ein. Es wird zwei Gewinner geben und es gibt nur ein Kommentar pro User. Dann wollen wir schauen, wer gewonnen hat. Und zwar hat gewonnen Nicknack und Schiller 1000. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wisst wie es geht, schreibt mich an. Am besten über YouTube, damit ich auch weiß, dass ihr es wirklich seid. Und dann werden wir die Coins transferieren. Ich danke euch für die Teilnahme und sage Tschüss und bis bald. Macht's gut.